Hast du ein Motorradhelm auf? Ja. Alter Falter, ey. Wahrscheinlich bist du auch noch mit deiner Packer drin, ne? Nein. Oder? Doch, du hast recht. Oh. Schießt der auf dich? Ja. Hey, ich hab'n zwei erschossen. Schieß mal auf mich, schieß mal! Oh, die Sänger hat da... Gehen wir mal hin. Ganz langsam. Ah, ich seh's. Ah, ja. Wo müssen wir hin? Na ganz oben, wo das abgestürzte Flugzeug ist. Ja, okay. Hängst du da bei den Fässern, oder was? Ja, ja. Ich lieg' ja am Zaun, am so... im Dreck. Ja, komm, wir gehen jetzt weiter links. Links muss die Mauer sein und dann einfach der Mauer folgen. Hast du ein Motorradhelm auf? Ja. Alter Falter, ey. Obwohl ich... Der Junge, der hat das Spiel noch nicht ganz verstanden, ey. Obwohl ich ohne Motorrad unterwegs bin. Du hörst doch viel... noch viel krass geräumt da und... die Scheiße bringt eh nichts. Ja, der muss weg. Der muss weg. Du hörst doch den Feind gar nicht, wenn der neben dir herläuft. Nee. Der neben dir herläuft. Das ist doch krass, ey. Rennt der mit Motorradräumen rum? Naja, einer hat den ja auch mal auf gehabt, den ich erschossen habe. Wahrscheinlich war das ein Skepspieler. Möglicherweise. Man weiß es nicht mal so genau. Sammelt schon mal, äh... Zigaretten, Marlboro, Lucky Strike und Wilson. Ja. Das wird irgendwann deine nächste Mission sein. Oh, hast du geschossen? Ja, ja. Wir gehen weiter an der Mauer. Warum machst du das? Du hast das Sinn. Aber was nicht, warum mein Motorradhem kaputt lachen? Weil die Zigaretten müssen auch Feind und Ruins sein. Und Ruins sein, weil sonst wieder nichts. Welche Waffe hast du mit? Pistole? Ja, darf. Okay. Pistole? Wieso? Ja, weil du deinen Helm da mit hast. Dachte ich, du gehst auch mit Pistole noch rein. Nö. Boah, schön, dass du sagst. Mach ich das nächste Mal. Hahaha. Wahrscheinlich bist du auch noch mit deiner Packer drin, ne? Nö. Nein. Oder? Doch. Du hast recht. Boah. Boah. Nö. Boah. Nö. Boah. Nö. Boah. Nö. 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 Ich hör nichts. Ja, jetzt bin klar, dass du nichts hörst. Schieß der auf dich? Ja. Ich sterben. Oh. Du hast kein... Ja, weil du wieder keinen Schmerzmittel genommen hast. Doch, hab ich. Aber nur kurz. Ja, aber wie... Kleine Pille wieder nur, ne? Warte, ich muss mich mal versorgen, ja. Selbstversorgen. Alles im Arsch, Alter. Alles im Arsch. Ich kann eigentlich mich hier zum Sterben hinlegen. Ja, das hast du davon, wenn du deine Packer mitnimmst. Haufen Knochenbrücher. Bei dir sind sie direkt. Die sind nah bei dir. Nimm mal den Helm ab, damit du ein bisschen wärst. Da läuft einer vor mir rum. Vor dir? Ja. Nimm hier Pischo. Na? Beim Flugzeug. Am Flugzeug, also links von dir. Ja. Kann das sein? Hast du gerade geballert? Ja. Das war ich. Wieso schießt du auf mich auch noch? Ja, weil du auf mich geschossen hast. Nein, du hast angefangen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hast du da rausgeguckt, weil du gedacht hast, bei dir ist einer ein Gebüsch. Und neben dir war direkt ein Gebüsch. Habe ich mich auch nicht getroffen? Nein, ne? Nee, du mich auch nicht. Du hast mich auch nicht getroffen. Kennst du? Ja, ich komme jetzt auf dich zu. Hier liegt doch einer tot. Da habe ich doch nicht auf dich geballert. Wo bist du? Na hier haben wir Pischo. Da war doch einer. Siehst du das? Hast du den nicht gesehen? Da habe ich gar nicht auf dich geballert. Hey, ich habe ihn so erschossen. Hey, meine Marke her. Das ist deiner tatsächlich. Pille genommen? Schmettmittel? Ja, ja. Und go. Ich hoffe, du willst dich mit deiner 9mm Salga spielen. Ich hoffe, die wirst du einfach nur verkaufen. Na klar. Ja. Ich meine, verkaufe ich damit ballern. Ne, verkaufen möchte ich eigentlich. Hier drin, wo ich hinguck. Da ist ein weißer Zettel oder sowas. Ah, okay. Klasse? Ja. Dann komm, jetzt müssen wir nur noch entkommen. Ich finde, ich kenne hier noch zwei Lootstellen. Da renne ich einmal kurz hin. Mhm. Sehr schön. Ja, wo ich das immer hier gespielt habe. Ey, da war ein Krieg. Ich bin jetzt hier reingekommen. Alle ihre Quests schon gemacht? Scheint. Hier direkt hoch. Du hängst? Ja. Schon oben. Jetzt kommst du hinterher wie ein Blitz. Das ist closed door, Alter. Das ist mit Gav. So many people. Nein. Verlebt noch. Mit off Distanz, mit Automatic ist scheiße. Ja. Ich muss von Einzelfoer lieber machen. Ja, den holen wir uns. Aber ich habe den auf jeden Fall nicht. Ja. Und dann links lang. Hier ist nämlich ein Heilungsteil drin, eine Heilungstasche. Also eine Medizintasche. Okay. Mach das weiß, ey. Wenn du das weiß haben willst, kannst du nehmen. Du kannst da hier reingehen und gucken, ob wir in Kisten. Mhm. Du hast gar kein 4x5, oder? Doch hast du. 4x5, ja. Ja. Ja, ja. Ist der neue Ruckzeug. Ja. Ist der neue Ruckzeug. Das waren die Domes. Alter. Alter, was sind die Wahnsinn? So. Du hast das. 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 Einen habe ich. Zwei habe ich. Wie sieht es bei dir aus? Ja, war einer. Ich sehe ihn nicht mehr. Der ist vorbei gerannt. Den habe ich schon erschossen. Okay. Ach, der ist in Borussia. Wo bist du? Ich bin hier im Gebüsch. Ah, ich sehe dich. Töte mal den anderen Skiff. Du brauchst ihn ja auch. Das ist er. Okay. Ach, ich schieße. Und dann ist er mit schießen. Wie hat er mit ihm? Es war mit ihm. Und dann ist er mit ihm. Sind das zwei gewesen? Ja, hinter der Hütte ist noch einer. Oh, ich muss mich erstmal... Mein Arm ist kaputt. Wann hat es Spieler gewesen? Also richtig E-Spieler oder N-P... Es gab Spieler. Ich glaube, das sind NPCs. Nee, es scheinen Spieler zu sein. Die haben auf uns einen Scaf geschossen. Das sind schon Spieler. Aber ich weiß nicht, ob Scaf Spieler. Ich muss einmal flicken bei mir. Ja, hier streicht einer. Wo ist der denn, genau? Bist du aufgestanden? Nee. Komm, hilfst du mir? Ja. Aufstehen, der ist am Container. Krass. Boah, Alter, mit was schießt der denn? Ich habe eine Fanate. Der ist tot. Hier sind nicht mehr. Kaum wieder welche. Die müssen weg hier. Erstmal rücken. Ich habe bei mir alles gebrochen. Boah, drei Sachen wieder schwarz. Und da ist einer. Der an dem durchguckt. Der will jetzt zur Laiche wahrscheinlich. Ich muss Schmerzmittel nehmen. Ich stille jetzt halt sehr laut. Der hört das wahrscheinlich. Oh, ist hier weggerannt? Da läuft einer rum? Ja, ich weiß. Es kann sein, dass der natürlich hinter dem Container liegt und den bootet. Dann komm, gehen wir mal hin. Ganz langsam. Ganz langsam. Noch einer. Scheiße. Boah, Alter, wie hat der mich weggemacht? Ich hab den nicht gekriegt. Ein Skleff und ein Bier hab ich getötet. Hast du den vielleicht getötet dann? Nur den einen, der vorher auf deinem Ding stand. An dem Container. Ja, den ersten, ne? Ja. Dann hast du den getötet. Dann hab ich den doch... 90 Minuten... Wann hast du den getötet? Bei wie vielen Minuten? Wo sehe ich das? Also, warte mal. Bei Minute 13. Okay, dann hab ich doch den noch getötet am Ende. Mhm. Ja. 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 Ja.